So, da bin ich wieder. Weiter geht's im Geschäft des Lebens. Und da wir den Cam robbed haben, können wir es gleich mal trainieren. Ich komme nicht dazu, mein Bro zu trainieren, ganz ehrlich. Ich hatte sogar ein Item. Eine Fragia-Beere. Ach so, ähm, ja. Moin, Alter, was geht? Vielleicht werden sie also nicht einknicken, mein Freund. Ein Kleinstell. Ach, Feuer bringt da ja nicht viel, ne? Feuer bringt da ja nicht viel, ne? Wow, aber Volltreffer gelandet. Na komm. Na komm. Nach Himmel, nimm's. Na, ein bisschen noch. Komm, ein bisschen kriegst du auch noch hin. Komm, Kamerad, das schaffst du. Yay. Flambierten Stein gibt's heute. Wenn ich rede von Essen, bin ich auch Hunger. Das ist, äh, ja. Was? Noch einen kleinen Stein. Aber das schaffst du sie nicht. Level 17, nee. Vergiss es. Level, du bist ran. Ich hoffe, ich krieg mal mal einen EP-Teiler oder so. Wäre schon besser. Alter, ich hab hier doch kein Elektro-Pokémon draußen. Was geht? Hier, du bist mal gewaschen. Hast dich im Leben gesult. Das muss nicht sein, dass du so dreckig bist. Wie hast du? Wie ist das? Uuuhuuhuuhuuhuuhuuhu. Drei Kleinsteine ernsthaft? Ja. Um's zu trainieren einfach. Doch. Äh. Wieso macht der Wing-Ib- Blöd. So. Unbesiegt. Come on. Aua, ich hab Muskelkrämpfe. Ja. Wenn du diese hast... Och NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ wieder so ein Rom in der Liste. Gibt's doch nicht. Was denn? Stehen da zwei Atompilze oder was? Naja, wer will sehen. Naja, wenn wir sehen. Gleich. Zwei Kamauks, hehehe. Ich denke, er levelt ja gleich. Das ist ja super. Man lernt eigentlich mal Blubber oder Blubstrahl oder so. Wird doch viel besser. Level 16. Yay. Level 23. Yay. Macholo. Ja. Psycho. Alter, der ist schon mal überpowered. Der Psycho. Der ist aber level 30 nämlich. Psycho. 319. Ich habe verloren. Was sind das für Atompilze hier? Hey, ob unser Anführer dieses Ding wirklich aufwecken wird? Was? Hört sich so an. Hört sich so an. Ja. Aber wir brauchen einen Meteoriten dafür. Ach, jetzt verstehe ich. Deshalb sind die anderen nach Laubwechselfeld gegangen. Genau. Solange sie weg sind, darf hier niemand durch. Schon wieder in der Höhle, Alter. Na gut. Na gut, warten wir's. Die glänzt sogar. Wurde hier geboren hat, weil es hier glänzt. Jetzt sind die Putzfrauen wohl sehr aktiv. Hätte ich mir das nicht fangen können, dann ist das ab nicht schon Level 16. Na gut. Ich wasch dich mal. Schön waschi waschi machen. Schön waschi waschi machen. Ich weiß das ja nicht. Dann kann ich das irgendwo mal rein samplen. Ach ne, ich kann ja noch trainieren. Das weiß ich so. Das war ein bisschen nervig, aber was soll's. Komm. Nee. Machen wir das mal so. Nee. Wieder waschen. Alter, so viele Kamaubs hier, ey. Das ist doch nicht. Ich habe auf den feurigen Pfad heiße Pokémon gefangen. Guck mal. Wahrscheinlich ein Kamau, oder? Loll, ich habe sogar recht. Man muss, glaube ich, wieder niesen, oder? Na, nee. Nee, nee. Nasekrieg. Ähm... Na, Kamau, gegen Kamau, Kamau, wäre blöd. Ähm... Bembo, du bist gerade da. So wieder gewaschen. Schneckmark. Nein. Auch ein Schneckmark muss gewaschen werden. Das war aber eine holprige Angelegenheit. So. Kann mich aber wieder neu eindecken, ja. Tränken und belebern. Das war nicht alles. Du bist ein bewundernswerter Trainer. Ich brauche jetzt einen romantischen Kampf. Ich bin auch anständig. Hm. Du kannst auch ruhig unanständig zu mir sein. Wollt ihr irgendwie die ernsthaften Zehnjährigen verführen? Wie ekelhaft. Ne Pädo, Alter. Da. Ähm. Das war's für heute. Alter, wie lange soll das denn noch gehen, wenn er sich hier dauernd die ganzen KP wiederholt? Ist das dein Ernst? Geht doch! 250 EP! Super! Rosalia! Nein, aber ich muss einen Parahalder einsetzen. 18! Der ist doch behindert, ey! Ja, Mann! Bist du? Ich verwechsel das mal mit anderen Editionen, das ist ziemlich anders. Das unten nämlich der Beudel quasi. Ähm... Die wollte ja Parahalder nehmen, ne? Ich will nicht im... Was? Blödes... 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 Das ist doch behindert, ey! ... 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 Weil mal! Oh ja! Weil mal! Das ist halt schon eine ganz gute Auswahl von Pokémon. Die effektiv sind. Schocken! BAM! Weg ist es! Mit der Liederhund mit 498 EW. Oh, jetzt wird wieder mein Psycho-Overpowered. Oh Gott! Was soll es? Sücht! Weg ist er! So! 316 EW. Hm... Toll, Mann! Halt's den Maul! Mann, ey! Wie ist das Pokémon-Center? Nee, da komm ich ja nicht hier nah! Nee, noch einer! Die war Schweder, wenn das Pokémon-Center war! Komm ich auch mal ins Pokémon-Center? Oder kann ich mich hier heilen? Ja, ausruhen! Hey, Alter! Ich will mich nicht ausruhen! Alter, endlich! Nein! Alter, endlich! So, jetzt trete ich den anderen mal in den Arsch! Die würde mal nur mit dem Fahrrad hochkommen, oder? Ich weiß noch nix! Wenn noch kein Basis-Item auf das Fahrrad nicht auf Select gelegt! Warum nicht? Ich weiß noch nix! Ich weiß noch nix! Wenn noch kein Basis-Item auf das Fahrrad nicht auf Select gelegt! Ah! Geht doch! Ich trainiere ganz individuell! Ich fordere alle Trainer, die ich sehe, raus! Dann mach es so! Boah! Ih, das stinkt! Boah! Alter, macht die Beine zu! Boah! Ist ja ekelhaft! Boah! Ist das widerlich! Das schafft er nicht! Das schafft er nicht! Ah! Zigo! Wir müssen ranhauen! Steh! Level 17! Super! 178! Ich gebe auf! Ich gebe auf! Ja! Dann mach die Beine zu! Er stinkt! Einer Fischmarkt! Das ist unfassbar! Das ist ja ekelhaft! Oh! Naja! Kräckige anderen auch noch campen! Ja! Ehm! Pokémon-Attack eigentlich! Genau! Ehm! Ich gebe 340! Ich baue aus! Es soll ja eine Äste verlieren können! Du setzt aber Geheimbrauer ein! Einige Äste werden sich öffnen und du kannst dann den Baum hinaufklettern! Du findest dort einen großen Raum, den du nach einem Geschmack einrichten kannst! Jetzt können wir nicht in den Baum rücken! Ach sooo! Steinige Wände! Wände! Das sind diese Dinger die Einkerbungen haben! Ok! Ich weiß ja bescheuert ne? Werd ich mal ausprobieren! Geheim Power! Genau! Was haben wir denn da? Kein Hauer. Kein Hauer. Wer kann das denn leeren? Ich nehme mal die Wurst. Lieben Sula kann weg. Weil ich suhle mich ja auch nicht im Leben, weißt du? Das wäre egal. Achso, jetzt brauche ich ein Fahrrad wieder. Ach. Das habe ich noch nie gemacht. Wie interessant. Wieso kann man hier über Steine laufen? Was geht? Dekoration. Dekorieren. Bis. Einpacken. WTF? Gibt es doch nichts. Oder doch. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Wie kommen wir denn hier weiter? Das ist aber interessant. Wie. Du hast mich nicht abgefunden. Wie ist es denn das? Das kann ich mir nicht ab원� Certain. Wie ist es denn? Wie ist es? Das ist alles. Wie ist es denn? Schade eigentlich, dass man da jetzt hier nichts weiter machen kann. Naja, haben wir es auch mal rausgefunden. Hier kann man sie ja nur ausruhen. Achso. Arschtrainer Veronika. Achso, Arschtrainer setzt einen Winkel ein. Der will den Arsch wahrscheinlich rechtwinklig machen. Ja, das Pokémon muss ich unbedingt wechseln, dass wir das uns, ähm, naja, gewonnen hittet. Siehste? Das zieht nämlich nicht so, jetzt nicht so viel ab. Mh, gebratenes Winkel. Mh, lecker. Vielleicht noch mit Käse überbacken oder so. Wäre super, wäre super lecker. Come on. Ja. Ich will wechseln und zwar... Hier, ich wasch dich mal. Mh, ja. Jetzt bist du schön sauer. Vorsalia. Nein. Achso, ja. Gott bin ich blöd Aber gut Vielleicht kann ich es trotzdem probieren Na gut ist ja auch auf Level 17 Müsst eigentlich in Ordnung Eigentlich Oh ja geht daneben Ich danke Gott Dafür Nein es ist so wenig Nö es bringt nichts Das hier ist noch zu schwach Das Viech ist noch zu schwach Definitiv Mach den scheiß Staubsaugermodus aus Das ist ja widerlich Stirb Level 24 184 AP Sie sehen eben stark aus Sie sind doch Sie sind auch staub Oh falsche Stimme Verdammt Ihhh die hat grüne Haare Alter wascht immer die Haare Da wächst schon Schimmel überall Und Moos und Na ja Och Leute Ist das dein Ernst Kann ich sein Außenkammer wieder Hier Und so Wenn man schon Das Wenn man das schon kann Dann kann man das Weil ich bin Ich bin Das Ich bin